Also, und ich sage es jetzt extra nochmal, nur an dich gerichtet, so dass du das nicht vergisst. Tim, bevor du Videos schneidest und so, fügst du noch ein, nicht zu Hause nachmachen. Ja, definitiv. Wir sind Profi-Vollidioten, wir dürfen das. Irgendwie so. Maybe. Okay, gut. Deadpool in the house. Hallo zusammen und willkommen zurück in einem neuen RealLife Video von euch zwei. Er ist auch Bitch. Also, in Kanadaria darf ich mich noch vorstellen. Ich bin Cousin von Deadpool, mein Name ist Fatpool. Und ich bin spezialisiert für Sniper-Aufträge im Wintergebiet, wie man vielleicht an meinem Aussehen erkennt. Du bist falsch. Ah? Du bist falsch, es ist kein Winter. Aha, ja, nein. Okay. 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 Nicht jetzt. Kommt später. Okay. Also, dann. Ich habe Angst, meine Hand hier drauf zu tun. Also, zurück zu mir. Fatpool. Ähm. Mein Cousin ist eben Deadpool, wie gesagt, ein guter. Guten. Gute. Kessel. Ein bisschen Spastik. Also, was ich wollte sagen. Mein Cousin Deadpool, ein guter Kollege von Tim. Und er hat mir darum den Auftrag gegeben, das Video mit dem Tim zusammenzumachen. Ja, der Jay ist leider nicht oben. Leider nicht. Jay, nicht da. Aber ich habe gedacht, ich lasse mir für das die gleichen Tattoos stechen wie Jay. So, dass ihr da nicht irgendwie traurig seid oder so. Und, ähm, dass ihr gleich so ein bisschen das Gefühl vom Jay habt. Ähm. Aber ich bin einfach cooler und äh, fetter. Ähm. Nein, ihr seid genau gleich fetter. Wirklich? Ja. Oh, das ist aber lieb. Danke, bin ich nur so dünn wie Jay. Jawohl. Oh jö. Oh jö. Oh jö. Oh jö. Oh, der Jay ist eben so ganz ein gut aussehender, unser Green Jay. Ah, äh, schlubi. Und, jetzt, was ich wollte und wieso ich die ganze Zeit so, so und so hyperaktiv bin, ist, ich freue mich voll drauf, dass er da... So, und jetzt machen wir da mal ernsthaft... Ah. Jay is back. Green Jay. Green Jay. Ah, sorry wegen der Frisuren, äh, habe ich unter der Maske nicht viel dafür. Ja. Hätte ich gescheitere angekommen. Maybe. Aber keine Frisur. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Da haben wir jetzt... Wie viele sind wir jetzt? 126. 126 Subscriber haben wir jetzt. Wir haben euch versprochen gehabt, bei 100 bringen wir uns, äh, 100 Subscriber schlossen. Wir haben gedacht, wir haben ein bisschen mehr Zeit für das. Aber... Ey, ihr smashet den verdammten Abonnieren-Button! Ey! Konkert, Keras Alpha! Und, äh, ja, jedenfalls, äh, sie bringt mich immer aus dem Konzept. Auf jeden Fall, äh, wir sind jetzt da, mit meiner Sniper, ähm, so, da kann ich euch mal zeigen. Der Kammerverschluss, ja. So ladet man an. Abzug wisst ihr alle, wie der funktioniert. Die Sniper ist ja rassistisch. Die Sniper ist sehr rassistisch, das erklären wir euch alles nachher nochmal. In jedem Fall. Sie lässt mich nicht schiessen, okay? Ja, wir können euch das nachher ja noch demonstrieren. Ähm, sie hat, äh, 2,7 Joule, das ist, äh... Das ist viel, das, das ist wirklich viel. Das tut scheissweh, das... Also, es ist wortwörtlich, sie fetzt dir die Haut weg. Wenn es die nackte Haut trifft und es zu wenig Abstand ist, ist deine Haut weg. Und eventuell bleibt das Kügelchen sogar die Schnecke. Also, das kann auch gut passieren. Ähm, darum hat sich unser liebe Isländer, bis jetzt, äh, wirklich hart geweigert, da... Auf ihn schiessen lassen. Ähm, ihr seht da oben, es hat, äh, kein Sniper-Visier drauf. Das ist aus dem Grund, weil ich so besser schiessen kann. Ich habe sie für mich selber gecustomized. Wir haben mit dem Sniper-Visier ein paar Probleme gehabt. Also, ich habe es zuerst probiert, aber... Also, erstens, für mich ist es halt nicht. Und zweitens, haben wir sie nicht richtig ausrechten können. Wie geht's? Entschuldigung. Puffi hat sich verhakt. Ja, und jetzt. Da wir die 112 erreicht haben, so zurück zum Thema, haben wir euch versprochen. Wir bringen das Video raus, wo wir auf die kleine Ticke durchgefickte, da, äh, drauf schiessen. Und... Ich habe einen Fehler gemacht. Ja, er hat nämlich gedacht, das wird nicht so schnell gehen, oder das wird überhaupt nichts. Fuck you. Ich liebe euch, meine Zuschauer. Danke vielmal, dass ihr mir das ermöglicht habt. Und... Auf ihn wird auch noch geschossen. Ja, auch mit dem Sniper. Ja, und mit dem Ding da. Und, ähm... Jetzt, was wir uns ein wenig... So überlegt haben, ist irgendwie ein bisschen Zielschiessen machen, und so... Dass ihr mal seht, so wie ein Sniper an sich ist. Und... Ja, nachher geht's zur Sache. Dann... Schiessen wir zuerst einmal auf ihn. Dann muss ich dran glauben, und dann wechseln wir mal die Waffe. Äh, das ist... Das ist meine Shopgon. Die ist da ganz geil, äh... Ist gut drauf. Kann man so zum Laden... Das hier. Ihr seht jetzt, da drin schon Kugeln rausgefallen. Das ist das Magazin. Also... Wirklich fett geil. Da oben füllt man Kugeln rein. Dann haut man die da... Oh, da steckt noch eine drin. So... Hält man die da rein. Den einfach wieder zuklappen. Durchladen. Schuss. Läuft, finde ich geil. Und, äh... Ist aber bei weitem weniger hart als die da. Also prinzipiell könnte ich da jetzt auch so auf sein Bein schiessen. Das haben wir schon hinter uns. Eben. Haben wir schon gemacht. Und ähm... Passiert nicht viel. Es tut scheiss weh. Es tut wirklich scheiss weh. Es gibt ein paar blaue Flecken. Aber mehr nur. Und... Und... Darum haben wir die noch so zum Spass dabei. Falls die am... Pussyboy da vorne ein bisschen zu... Pussyhaft wird. Zu fickend wird, habe ich damit sagen. Äh... Aber... Jedenfalls haben wir die noch dabei. Und auch, dass wir noch ein bisschen mehr Videomaterial aufnehmen können. Und so nicht, dass wir irgendwie noch so 5 Minuten Video führen können. Das ist nicht Green-Jazz-Style. Bleibt dabei, irgendwann zwischen deiner... Wird dann noch... Das Giveaway stattfinden. Ja man. Genau. Also um was das geht. Das habe ich jetzt gerade in diesem Moment erfahren. Aber voll das... Äh... Wird anscheinend auch noch so sein. Äh... Äh... Ja... Sonst noch irgendwelche Informationen vom... von der... Oberigkeit. Nein? Ok. Darf ich das Video so weitermachen? Ja? Ok. Also. Keine neuen Informationen mehr dazu. Hahaha. Und... Ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Wir schneiden euch dann da etwas Cooles zusammen. Und... Ähm... Ja. Freut euch auf unsere Schmerzen. Äh... Machst du dich bereit? Ich würde sagen, wir gehen auch mal mit den Schmerzen. Ich finde ja. Aha? Im Sinn mache ich mich bereit. Sijoogion. aaaaahhhh. Das war's. hat ein Vorhiel, da stand die falsche Kugeln drin das ist das Ergebnis von der richtigen ich beschütze euch und du jetzt hat das jetzt weh getan Cleo Nimmst du immer noch auf? Ja Das war Rache du Hurensohn Aber ich weiss ja ob es ganz zu fisch Rache jetzt nicht von den Sniper Das war der Rache zum letzten Mal als er mich von nahem abgeschossen hat Weisst du, ich habe mich gefischt E-Lande Noch nicht von der Nähe Ich bin gerne alter Renn Kugeln Kugeln Jetzt schon mal die Wunden inspiziert Ja Er schaut dort kurz Ich schaue zu mir Schaut Hupfen hoch Schieb rote Pflege Sieht man was? Ja Ich will auch schauen In das Foto Ich nehme an Das hier ist der Erste und das hier der Zweite Ja Juckt Das hier Ich sehe nur zwei Ja Es sind glaube ich nur zwei rausgekommen Also Leute Ihr seht schon Ich habe etwas anderes an So etwas drüber gezogen Ähm Ja Eigentlich bin ich jetzt dran Ja Haneheben Ich darf wohl den Anschiss Haha Viel Spass Ja Ja Und nicht ich Der Slendy Werde auf den Jay schiessen Da äh Die Sniper rassistisch gegenüber mir ist Sie will einfach nicht abschiessen Ist noch weiter hinten Ist noch ein bisschen weiter Noch ein bisschen weiter Hup Hupen dort ja Ja Also bei Blue schiesst es Alles ist in Ordnung Tipptopp Sie hat dort durch Sie hat dort durch Sie hat dort durchgeschossen Sie hat dort durchgeschossen Ich habe schon Angst Bist du bereit? Bist du bereit? Ja Zumen 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 Ja, fuck you. Oh, Lenny. Ja, was soll ich dazu sagen? 2,7 Joule. Das ist scheisslich. Nur weil es jetzt das letzte Mal mehr weh getan hat, glaubst du, ich stehe jetzt noch mal hin? Alter, du Piss. Weisst du was? Jetzt sehen wir den Part, warum. Wir sagen, diese Waffe ist rassistisch. An Schluss geht sie jetzt? 15. 15. Hast du überhaupt noch Munition? Ja. Bei ihm geht's. Okay? Okay. Wir machen genau das gleiche wie er. Zwischwärts stehen, von vorne, runter. Schiesst nicht. Ich probiere nochmal. Also, ihr gehört schon den Schuss, aber es kommt vorne nichts raus. Ich schiesse nochmal. Kommt nichts. Schiesse nochmal. Nur zum Sichergehen. Sehst du? Rassistisch. Machen wir nochmal. Und jetzt? Jetzt erscheiss. Nein, ich glaube ich nicht mehr drin. Doch, ich noch etwas drin. Bei mir ist jetzt tatsächlich auch nicht gekommen. Jetzt haben wir mal live aufs Bahn. Live aufs Bahn. Live aufs Bahn. Und dass es auch bei mir nicht immer klappt. Weil ich bin ja auch aus Slender. Aber wer ist der Slender aus Slender? Ich habe dreimal nachgeladen. Dreimal geschossen. Dreimal ist nichts rausgekommen. Das stimmt. Ja. Seht ihr? Bam. Er hat geschossen. Okay. Und er schiesst nochmal. Und bei ihm kommt noch mehr. Und noch mehr. Und noch mehr. Seht ihr? Bei ihm kommt jeder Schuss. Und jetzt? Meine Freundin Blue. Sie lädt nach. Bei ihr kommt auch die Kugel. Sie lädt nach. Kommt auch die Kugel. Kommt auch die Kugel. So. Und jetzt nochmal als. Okay. Sie schiesst nochmal. Okay. Seht ihr? Kugeln sind rausgekommen. Rufi. Gibt noch Kugeln drin? Nein! Mach so bald aus. Drei Kugeln sind drin. Drei Kugeln? Und keine wird rauskommen. Doch. Nicht bei mir. Eine direkt. So kommt eine raus. So ist eine direkt gekommen. Keine. Hat Hoffnungen gemacht und dann verrascht. Keine. Keine. Emo? Keine. Probieren. Der hat nur zwei Kugeln drin. Möchte. Da ist eine rausgekommen. Und ihr seht jetzt. Es hat keinen Schnitt drin. Oder so. Wir präparieren das Ding nicht. Das präpariert sich von selber mal. Kugeln. Jetzt wieder. Kugeln zurück. Ansonsten. Ansonsten. Einen baut. Doe. Die Sanfte. O-o-o. Das ist gut. Aber es traf nicht die Klöden, oder? Doch, ich glaube schon. Ich habe gerade einen Schuss mit einem Sniper vor 2 Monaten Abstand in die Klöden gekommen. Ihr seht, ich stehe nicht. Alles gut. Ich errisse mich gerade extrem zusammen, um das Video zu machen. Ich muss scheiss drin und pissen. Und... Es... Es geht weh. Oh man. Ich glaube, wir laufen hier. Der DJ hat jetzt viel durchgemacht. Ich würde sagen, hittet den Like-Button. Vor allem für den Schuss, den ihr nicht erwartet habt. Ja, wie wir gesagt haben... Oh, das habe ich nicht erwartet. Oh Gott. Oh Gott. Ich habe den Faden gegangen zurück in die Lust. Ich gehe verdammt in die Scheisse, Mann. Jetzt... Geht dann unten in die Kommentare. Schreibt da unten rein. Was sollen wir als nächstes für ein Re-Live Video machen? Er mag schmerzhaft. Okay? Nur, dass ihr es wisst. Also ihr könnt jeglichen Scheiss bringen. Wir werden dann... das Beste auswählen. Und die Person bekommt dann die Überraschungsbox. Also... Hau rein! Mitschreiben. Ihr schreibt uns in die Kommentare. Ihr habt eine Woche lang Zeit. Ab jetzt, wo das Video draussen ist. Ab jetzt, wo du das Video siehst, hast du eine Woche lang Zeit. Zum... Uns irgendeinen Scheissdreck aufschreiben, was wir als nächstes für ein Re-Life Video machen könnten. Wir haben unter anderem noch Planker zum Beispiel. Was wir in jedem Fall noch werden machen, ist da das Urban-Teil da. Wo wir einfach gehen. Irgendwas verlassen. Du musst es mal anschauen und so. Und... Und filmen wir für euch das. Also so Lost Place Video. Kennt ihr das sicher. Es geht langsam wieder mit. Ja. Ich merke es. Man merkt es. Für das... Ich glaube, ich kann es recht einen benutzen. Ja. Keine Day Babys mehr. Okay. Lass mich da mal abstitzen. So. Also. Alles super. Jetzt geht's top. Keine Schmerzen, nichts. Härter Krieger. So. Also. Ich fühle mich so kastriert. Also. Jetzt was... Eben. Ihr schreibt uns in die Kommentare, was ihr gerne von uns würdet als nächstes sehen würdet. Ob es wehtut oder nicht. Scheiss egal. Habt's euch. Ihr habt Spass dran. Und... Ja. Wir sind... Wir werden die geilste Idee raus suchen. Die Idee wird gewinnen. Und die Person, die uns die Idee als Kommentar geschrieben hat. Unter das Video. Kommt dann auch noch unsere Überraschungsbox rüber. Wir werden dann mit dir privat Kontakt aufnehmen. Und dann kannst du uns deine Adresse und alles geben. Dass wir da... Könnt ihr das zuschicken. Oder man kann sich auch mal irgendwo treffen, falls gerade in der Nähe bist. Und dann könnt ihr das bringen. Je nachdem. Also. Ich hoffe, ihr habt Spass gehabt an diesem Video. Es ist jetzt ein bisschen kürzer geworden, als wir gedacht haben. Aber... Es tut mir leid. Leute, ich habe gerade wirklich mit 2,7 Joule einen Schuss in meine Eier kassiert. Und ich habe Gottverdammt keinen Bock mehr, um jetzt noch irgendetwas zu machen. Also. Also. Also.